Auch in diesem Jahr waren Grundschüler und ihre Eltern im Valeria-Koch-Gymnasium in Fünfkirchen willkommen. Der Tag der öffnen Tür begann im Wohnheim und nach einer kurzen Einführung hatten die Kinder die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen. Heute haben wir unseren offenen Tag. Wir hoffen darauf, dass wir viele Schüler aus den Nationalitäten Grundschulern, einmal aus der Stadt Petsch und dann auch aus den Dörfern hier in der Umgebung der Stadt als Gast empfangen können. Es ist wichtig für uns, dass wir heute unsere Schule präsentieren können, wie das Leben am Gymnasium aussieht, welche Fächer auf Deutsch unterrichtet werden. Wir möchten auch unser Schülerwohnheim vorstellen und natürlich auch die Mensa. Wir haben eine ausgezeichnete Küche und wir hoffen auf das Interesse. Zuerst werde ich eine kurze Präsentation halten über unsere Schule, über die Anforderungen, über die Möglichkeiten, über unsere Angebote am Gymnasium und dann können die Schüler zwei Stunden besuchen, mit unseren Schülern Gespräche führen, auch die ganze Schule kennenlernen und die ganze Umgebung der Schule. Die Schule bietet auch einen Vorbereitungskurs für Kinder an, die in diesem Jahr ihre Aufnahmeprüfungen schreiben. Für die man sich am offenen Tag bewerben konnte. Außerdem können sich Schüler mit schwächeren Deutschkenntnissen für eine vorbereitende Sprachklasse anmelden, in der sie ein Jahr lang intensiv auf Deutsch unterrichtet werden. Im Gymnasium haben wir ca. 280 Schüler, Schülerinnen momentan. Und in zwei Jahrgängen haben wir drei Parallelklassen, in zwei Jahrgängen zwei. Und wir möchten sehr, sehr gerne nächstes Jahr auch einen Nulltenjahrgang starten, wiederum. Und das bedeutet eine Vorbereitung auf die neunte Klasse, der für Unterricht, deutschsprachiger Fachunterricht, Methoden, Lernmethoden werden vermittelt. Und dieses Jahr kann man dann nützlich machen. Mit Sprachkenntnissen B1-Niveau erwarten wir die Kinder in unserer normalen neunte Klasse und mit Sprachkenntnissen A2-Niveau in den Nulltenjahrgang. Kinder auf verschiedenen Teilen der Region kamen nach fünf Kirchen. Nach einem bunten Programm konnten die unternehmungslustigen Besucher einen Abend im Wohnheim verbringen. Ein Szexar-dorgetem a Dienes Valérii általános iskolából. Még nagyon nincsenek terveim, de ez az iskola nagyon tetszett, és szerintem tele van lehetőségekkel, szóval nagyon szeretnék idejönni. Nagyon tetszik. Első pillanatban, amikor megláttam, mondom, hogy nagyon szeretnék idejönni, tele van lehetőségekkel, és minden, amit elmondtak róla, az nagyon jól hangzik, és tele nagyon szimpatikus volt minden. Még nagyon szeretnék idejönni, és szeretnék idejönni, és szeretnék idejönni, és szeretnék idejönni, és szeretnék idejönni. Für diejenigen, die Deutsch lernen wollen, ist das Valeria-Koch-Gymnasium auf jeden Fall ein Besuch wert, denn eines des Hauptziels der Schule ist es, ihre Schüler in die Lage zu versetzen, die deutsche Sprache selbstbewusst und gezielt anzuwenden und gleichzeitig der unge-deutschen Traditionen zu bewahren. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele positive Seiten. Einmal die Sprachkenntnisse auf einem sehr, sehr höhen Niveau. Und das gilt nicht nur für die deutsche Sprache, sondern auch für die englische. Wir haben einen erweiterten Englischunterricht neben dem Deutschen. Natürlich die Stundenzahl, die sehr, sehr hohe Stundenzahl, nicht nur im Fach Deutschsprache und Literatur und Deutsch Volkskunde, sondern auch alle Fächer, die wir auf Deutsch unterrichten, angefangen mit der Geschichte bis Geografie, Biologie und so weiter. Also diese hohe Stundenzahl garantiert tatsächlich, dass man effektive Sprachkenntnisse erwerben kann. Darüber hinaus haben wir auch Begabtenförderung. Und in diesem Sinne haben wir auch in den Fächern Mathe zum Beispiel eine Talentförderung. Und das gilt nicht nur für die Fakultationsfächer ab dem Jahrgang 11, sondern auch für die Jahrgänge 9 und 10. Der offene Tag war von morgens bis abends mit Vorführungen, Gesprächen und Spielen gefüllt.